Dieser Bahnübergang hat jetzt zur Folge gehabt, dass die Verfolger die Viermannspitze eingeholt hat. Hier hinauf Richtung Kirchdorf. Also eine grössere Gruppe jetzt, somit auch wieder ein bisschen Spannung. Hier also die Rennsituation. Jetzt kommen wir nach Marcel Wies mit seinen Jungs. Vorne haben wir noch Marcel Wies mit seinen Jungs. Jetzt kann es wieder passieren. Jetzt kann ich aufpassen. Kannst du so ein bisschen antippen, an den Horn ein bisschen antippen. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017